Take-Away Box Du möchtest jemandem ein kleines Geschenk machen? Diese hübschen Schachteln eignen sich perfekt, um solche Aufmerksamkeiten zu überreichen. Du kannst die Boxen zum Beispiel mit Seidenpapier auslegen und mit Süßigkeiten befüllen. Dies macht sich besonders gut als kleine Überraschung. Du brauchst Pauspapier, einen Bleistift, Papier oder Karton, einen Cutter, ein Lineal, eine Reißnadel, einen Locher, eine Schneidematte, ein Falzbein, einen Pinsel, Leim und ein Band. Pause die Vorlage durch, indem du sie mit der Zeichnung nach unten auf das Papier legst und durch Schraffieren überträgst. An den Außenlinien entlang ausschneiden und die gestrichelten Linien vorsichtig rillen. Falte das Papier mit dem Falzbein längs der gerillten Linien. Stanze mit dem Locher jeweils ein Loch in die vier Laschen. Falte die Schachtel nach innen und trage anschließend, wie gezeigt, Leim in die gefalteten Ecken auf. Trage auch Leim auf die Innenseiten der Ecken auf. Ziehe zuletzt ein Stück Band durch die Löcher.